Wir sind zurück mit einem neuen Interview von Frauen in Führung und haben heute eine Kollegin aus der IT zu Gast. Hallo Esther Reckenwald. Hallo. Sie sind ja erst relativ frisch bei der Bundesbank, nämlich seit dem 1. Juli. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Was hat Sie denn an der neuen Position am meisten überrascht? Also es sind viele gute Dinge, die seitdem passiert sind. Ich glaube, positiv überrascht haben mich vor allem zwei Themen. Also einmal die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich in der neuen Rolle habe. Das macht unfassbar viel Spaß, neue und spannende Themen wirklich auch mit dem Team entfalten zu können. Und ich glaube, das zweite Thema ist für mich die Bandbreite an Themen und Technologien, die wir in der IT natürlich zur Verfügung stellen. Das reicht von sehr aktuellen Themen bis auch zu sehr innovativen Themen. Also um vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen. Wir sind mit einem Team unterwegs in die Cloud. Also haben ein Programm, das sich Journey to Cloud nennt, wo wir in sehr, sehr großen Schritten jetzt auch vorangehen und sind damit die erste Behörde in Deutschland, die tatsächlich diesen Schritt wagt. Ein zweites Thema ist zum Beispiel, dass wir mit Next eine neue E-Business-Plattform aufbauen, die über 150.000 Kunden der Bundesbank tatsächlich neu anbindet. Das sind jetzt einfach nur so zwei Beispiele. Wir sind natürlich aber auch in den klassischen Themen unterwegs. Also viel auch im Bereich Betrieb und Infrastruktur. Natürlich suchen wir immer kluge und kreative Köpfe, die das Team noch weiter unterstützen. Da werden wir in Zukunft einen großen Bedarf haben. Neben diesen super spannenden Projekten natürlich, was hat Sie denn noch jetzt gerade an der Bundesbank gereizt? Das ist eine spannende Frage, die wird mir nicht zum ersten Mal gestellt tatsächlich. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich es auch noch anders gesehen oder anders beantwortet. Aber heute spielt für mich das Thema Purpose und damit die Sinnhaftigkeit eine ganz zentrale Rolle. Also wir alle wissen, dass die Bundesbank in Deutschland, aber auch in Europa eine kritische Rolle spielt. Wir sind diejenigen, die für den baren und unbaren Zahlungsverkehr zuständig sind. Wir sind auch diejenigen, die in der Zukunft den digitalen Euro in großen Schritten mit begleiten dürfen. Daneben sorgen wir natürlich für die Stabilität der Banken und des Finanzsystems. Und wir als IT spielen da natürlich eine spannende Rolle, indem wir die Systeme zur Verfügung stellen und auch die Sicherheit in dem Ablauf gewähren. Das ist natürlich eine schöne Verantwortung, die wir gerne tragen. Und ich glaube, das, gepaart mit dem guten Ruf, der der Bundesbank als Arbeitgeberin vorausgeht und der Vielfalt an Themen, hat mich einfach gereizt. Sie sind ja nicht nur in der IT, sondern auch für das Thema Transformation zuständig. Bedeutet das, dass Sie jetzt vorhaben, einfach nochmal alles neu zu gestalten oder wie können wir uns das vorstellen? Also ich glaube nicht, dass wir tatsächlich alles neu gestalten werden. Wir aus der IT heraus verstehen uns ja als Partnerin der Fachbereiche. Das heißt, wir wollen die Technologie zur Verfügung stellen, mit der die Fachbereiche dann Mehrwert umsetzen können. Einmal für die internen Kunden, aber auch extern im Rahmen des Eurosystems. Und das ist natürlich ein Feld, das sich momentan sehr, sehr stark verändert. Was eben auch bedeutet, dass wir damit Schritt halten müssen und den Veränderungen gleichziehen. Und das bedeutet für uns, dass wir eine Reihe von Zielen uns gesetzt haben im Rahmen dieses Veränderungsprozesses, die wir gerne und schrittweise angehen. Also vielleicht einfach mal um zwei zu nennen, weil ich könnte ewig, glaube ich, darüber sprechen. Zwei ganz wichtige Ziele für uns ist einmal das Thema, eine neue digitale Technologiebasis zur Verfügung zu stellen. Wir nennen es auch immer ganz liebevoll das digitale Herz. Also grundsätzlich geht es dabei darum, verschiedene Services und Dienste über die Cloud zusammenzuführen, um dann eben auf der einen Seite stabilitätsbar zu wirken, auf der anderen Seite aber auch Innovationen zur Verfügung stellen zu können. Und ein zweites Ziel für uns ist natürlich das Empowerment der Mitarbeiter. Das heißt, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir es nicht nur ermöglichen, dass die Mitarbeiter heute mit ihren Fähigkeiten den Job von heute machen können, sondern wie sie auch darauf vorbereiten, ihre künftigen Aufgaben erledigen zu können. Und das nach bestem Wissen und Gewissen. Und das sind jetzt einfach zwei der Beispiele oder zwei der Ziele, die wir im Rahmen der Modernisierung und der Transformation verfolgen. Dabei geht es natürlich immer wieder zu priorisieren und die ganzen Themen schrittweise anzugehen. Sehr schön. Vielleicht zum Thema Mitarbeitende. Ein wichtiges Thema in der IT-Branche ist ja auch der sogenannte Fachkräftemangel. Wie begegnen Sie dem denn bei der Bundesbank? Also das ist ja eine Herausforderung, die jetzt nicht nur uns eigen ist, sondern die grundsätzlich am Markt natürlich ein viel diskutiertes Thema darstellt. Ich denke schon, dass wir als Bundesbank und auch gerade in der IT der Bundesbank einige Hebel haben, um dem Thema zu begegnen. Also eins ist natürlich, dass wir flexible Arbeitsplatzbedingungen schaffen, vom Homeoffice über eine solide Work-Life-Balance eben bis hin zum Thema Verbeamtung, das für viele auch ein Anreiz ist. Das andere Thema ist, dass wir verschiedene Führungskonstellationen ausprobieren. Wir haben in einer unserer Abteilungen auch ein Viererführungsteam, was natürlich auch sehr spannend ist, einmal fürs Team, aber auch für die Kollegen und Kolleginnen, die mit diesem Team gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, der dritte Aspekt ist, dass wir eine sehr, sehr positive Arbeitsatmosphäre haben, in der das Miteinander sehr stark im Vordergrund steht. Ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt, noch mehr Frauen speziell in der IT-Inführungsposition zu bringen? Das ist für uns natürlich ein wichtiges Thema. Also ich glaube, Diversität grundsätzlich ist ein unfassbar bereichernernes Thema und da schauen wir natürlich auch drauf. Unter anderem spielt natürlich das Geschlecht und damit eben auch die Stärke der Frauen eben in den eigenen Bereichen eine wichtige Rolle. Ich glaube, für uns ist wichtig, die Message zu senden, dass bei uns es nicht bedeutet, dass man als Frau automatisch auch Führungskraft werden muss. Verständlicherweise will nicht jede Frau das. Und von daher ist es auch okay, einfach nur bei uns im Team mitzuarbeiten und die Möglichkeiten eben auch für die entsprechenden Kollegen und Kolleginnen zu entfalten. Tatsächlich haben wir auch ein Frauenförderungsprogramm, in dem wir sehr, sehr früh Potenzialanalysen eben mit den Kolleginnen machen und auch dann gemeinsam den Weg eben hin zu einer Führungsposition begleiten. Ich höre raus, dass Sie tatsächlich schon sehr, sehr viel in diesem Bereich unternehmen. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und danke für das Interview. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.